Genau, natürlich. Sorry. Genau, einfach hier. Schleben bleiben einfach. Schleben bleiben einfach. Oh Gott, das ist so feindlich. Nee. Schon mal gesehen? Ach ja, ja. Durch meine Oma. Oh Gott, ich hab keine Ahnung. Okay, nee. Wir sind mit Deutschland. Yeah. Scheiß Fußball. Ich weiß. Frank Elstner. Frank Elstner, der hat doch hier jahrelang modelliert. Ding, ding, ding. Nein. Nein. Ja, Politiker von früher, oder? Ja, Politiker? Könnte sein, ja. Ähm, Rudi Carell ist nein, oder? Nein, weiß ich nicht. Wie heißt er? Rudi Carell, genau, ja. Rudi Carell. Warte mal, nochmal zurück zu dem anderen. Ich kenn den. Ich kenn den. Scheiße. Nee, ich komm nicht drauf. Ich lass doch noch einer mal. Haben wir den? Ja, Thomas Gottschalk. Thomas Gottschalk. Thomas Gottschalk. Äh, 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 Gottschalk. Ja, den kennen wir an, ja, ja. Äh, ja, Gütter, ja, warte, Gütter, ja, warte. Bin ich richtig? Nein, ich bin, äh, hier. Ah, Gott nicht, Gottschalk. Doch, doch, Gottschalk. Ja. 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 Ja, Thomas Gottschalk. Oh Gott, die kommt mir so bekannt vor. Das wird riesig böse. Nee, den sagen wir jetzt gar nichts. Schache nicht aufhören irgendwoher. Schauspielerin, ne? Ja. Nee. Keinig. Okay. Blödverschlaf. Linda Demol? Schon mal gehört? Nee. Äh, Linda Demol? Ist sie das? Ich komm drauf. Und mir liegt sie so auf der Zunge. Ist das nicht die von Schillerstraße? Nein. Äh, Linda Demol. Ja, wo? Richtig Traumhochzeit. Traumhochzeit? Äh, hier, äh, Linda Demol? Echt? Ja, das war so. Ja, das war so. Okay, ich war mir nicht sicher. Aber das war so. Kemenden kommen auf dem Mond限 los. Einig ist derец ein St Pegungslov, einem Tor. Potuição. Äh ,